Okay, aber ich habe dieses Tor aufgemacht. Das glaube ich war wichtig. Warte mal, wie kann jemand hier reinkommen ohne... ...dass ich eine Meldung kriege? Also über Invade oder so? Hä? Das ist kein Spieler, oder? Ich verstehe es gerade wirklich nicht, was hier passiert ist. Aber es war keine Meldung da und ich konnte einen Spawnsfeuer. Das kann kein Spieler gewesen sein. Eigentlich. Das macht keinen Sinn. Ich verstehe gar nichts mehr. Das ist alles so weird. Warte mal, hängst du wieder da hoch, gehst du wieder da? Ich verstehe gerade gar nichts. Ja, ich habe begonnen. Das ist kein Spieler. Das ist ein MPC einfach. Ich hätte echt geglaubt, weil ich so verwirrt war. Ach nein, es ist ja auch noch da. Das ist halt echt gut. Und irgendeine Wende weg. Aber das hatten wir gestern auch schon in einem anderen DLC, das weggewandt wird. Das als NPC. Ich verstehe es halt einfach nur nicht. Dann wird er weg. Hä? Jetzt springt er da wieder runter? Der hat doch zu viel AP für den Spiele. Dann geht es anscheinend runter. Hä? Ich habe echt nicht gesagt, was hier gerade los ist. Hat man, glaube ich, gemerkt. Hier Damage kriege ich dafür. Oh, ein Kniegelbruch. Okay. Ähm. Ach nein, die Kackfiche sind ja erst wieder da unten, ne? Warte mal, kann ich eine Plunging drauf machen? Au, wow, lässt mich doch. Tötet mich halt auch gleich. Ich will auf diese Tür noch gehen, erst mal. Oh mein Schatz, ich bin ganz sehr, sehr verwirrt. Die Videos, in dem Leute den Cosplay und sich entwaden lassen. Wie meinst du? Damit, ähm, äh. Mein Handy. Das Spiel am Laptop. Oh, ich wünsche mir der Komplett. Ja, das habe ich jetzt so durcheinander erwacht. Entschuldigung. Hat mich nur echt dezent aus der Bahn geworfen. Nani? Ja genau. Sehr viel Nani. Oh komm, der da oben hat mich jetzt getroffen. Du Arsch. Kommen, hier soll ich erstmal am Flop. Hier unten. Ich kann meine Seelen vor allem wieder haben. Meine Seelen vor allem wieder haben. Au. Okay. Nanananani? Okay. Dann kommt das Spiel wieder. Fuck you. Scheiß Fick. Ein bisschen Hasen. Eindeutig Hasen. Hässliches Schneehasen. Fuck. Noch eine. Fuck. Lass dich nicht von dieser Seite. Fuck you. Ich hasse dieses Spiel. Natürlich geht das nicht so auf. Ja, komm, ich hab's. Na, egal. Okay, mach. Arrays? Buys. Wenn du das einfach rattling lounge hast? Das ist Batman? Wie geht das? Da geh mir mit Erase weg. Lass ich diesen Scheiß darf den nicht. Praxen. Nachbarn macht krach. Irgendwie hört das nicht. Nananananananananananananan alternative STAR nombreairしました. muss schon richtig aufgesagt werden ja hallo ist jetzt weiß auch die ganze jetzt aber eigentlich besiegen macht er da muss ich den besieger denn jetzt minuten wird die kuh erst schlachten hat kein bock getroffen zu werden weiter zimmer besser aus wie jeder spieler ich glaube ich habe einen herzen gepult irgendwann fängt das weg gewinnen hatten wir es nicht vorher mit dem perfekten wort dann gucken wir jetzt mal was hier eigentlich ist so nett sind also fristen bin ich hallo und wenn der kerl hin was halten wird ja von mir aus vorsicht vor dahinter was wie care of behind damage bekommen herauf behind das kein spieler eine latzen und schild datzen ach man nur dein datzen immer kann man boss zu zählen also jetzt geheilt was bist du denn was mir jetzt helfen gegen das ding oder hilft er uns dagegen große keule versagt du bist hässlich sehr sehr hässlich dass man er kämpft ist wahrscheinlich mit dem ficht gegen mich oder was ich hatte dieses spiel aber noch mal den gegner hatten wir noch schon mal was 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 ich wahrscheinlich war da ruf gelenkt muss das große dicke ding hat immer wieder in die ecke ziehen an einem vorbeilauf damit er mir hinterher kommt die vollkommen weggeschoben wie gut er ist die ist auch recht schnell der damals der mensch davon Oh, fuck, you fettie. Der war unnötig. Natürlich heilt er jetzt auch. Scheiße. Okay, wechsel. Komm mal her, komm mal her. Genau. Bam. Ist egal, ist egal, komm. Fuck! Dieses dumme Fettie. Er macht sogar ein Emote. Oh, wie gut. Ey, das ist nicht schlecht. Oh, ist der gemein. Ich hätte das Tor nicht aufmachen dürfen, ne? Wenn ich das Tor nicht aufgemacht hätte, hätte er nicht da runterlaufen können. Das war dumm. Wir hätten killen sollen, ja, bevor ich es aufgemacht hätte. Ja, gut, kann man nicht wissen, ne? Ich dachte wirklich, das ist ein Spieler und dachten wir dann so, bevor mich der killt, wenn ich die ganze Scheiße nochmal laufe muss. Ich lande jetzt dem gleich. Shit. Close one. War zu greedy von mir. Mal den ganzen Scheiß. Ich mache es aber wahrscheinlich unnötig schwer, kann das sein? So, muss ich nochmal Arschloch sein. Oh, du wirst niemanden machen. Das ist doch nicht vorher zu machen. Könnte ich mal gucken. Er heilt sich jetzt eh wieder, ne? Ich glaube wahrscheinlich nicht. Ne, ist offen. Wenn da durch, gerade? Ja, da ist er. Ich werde gleich hinterher, bevor er sich heilen kann. Verdammt. Das ist schnell. Das ist zu schnell. Mein Gott, das ist sonnig. Okay. Interessanter Kampf. Nennen wir es mal Kampf. Ja, doch. Er hat sich wahrscheinlich schon geheilt gerade, oder? Ne, gerade dabei. Besser, das geht ja nicht. Er hat sich nicht geheilt diesmal. Oh, was? Das war ein Fisk. Ah, fuck you. Both. Wenn das doch nichts ist, was war. Oh nein, das ist schon da. Oh Gott. Oh. Oh, 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 oh. Ach, Fetty. Verpiss dich doch mal. Die großen spiele ich hier gerade, ja? Ich glaube, es ist doch tanky as hell. Fuck. Super, super dumm gerollt. Ja, jetzt killt er mich. Ach, Mann. Ey, zwei Gegner sind sch... Okay. Ich hoffe, jetzt einfach Fetty respawnt nicht. Töte jetzt Fetty, torte ihn zurück und fight ihn dann nochmal. Das ist der Plan jetzt. Wow. Weil da dann geht's. Ich glaube, ich war genervt. Ey. Das wäre ein echt cooler Kampf mit dem NPC. Wenn... Das verzagt da nicht mehr, ey. Dann wieder super nervig. Weil das ist ein echt starker NPC. Der ist echt gut. Und? So. Machen wir das halt so. Mein Gott. Ich hab's mir halt einfach. Fick ich spiel. Du behindert bist. Du schieß ich halt. Ist doch egal. Hallo. Wie dreht der sich denn? Der wollte doch das gleich, oder? Jetzt. 50.000... Ach, das hat mich erwischt, natürlich. Also ich mach der kleine... Schwanz... Ich hab hier aber nicht so weit... ...weil meinen Lieber. In Capodoro, am Land. Tschüss. Du warst... ...bewundernswert. Ein Bewundernswert. Irgendes Weißen Krieges. Aha. Jetzt wieder meine Schlitte. Ich steck mir voll auf zu meinen Schlitten im Spiel. Ja, verfeiliger Stein. So. Und hier hoch... No. Na gut. Wir gucken jetzt erstmal weiter. Will den Typen mal eigentlich schon fertig machen, ey? Oh nein! Nein! Nicht ihr! Gerade im Himmel! Alles nur nicht ihr! Ja, genau. Die sind schlimmer als der Fettsack gerade. Was? Wieso? Ich lebe noch. Ich lebe mich dort. Die sind so viel schlimmer. Warte mal, ich kann doch blocken. Ich hab einen Schild, ich Idiot. Oh Mann! Hast du ja mit den Zähnen. Na ja, ich hab aber so spät angefangen halt. Ja. Dammit! Okay, aber... Dann können wir jetzt die Theorie mal unter Beweis stellen. Wenn ich da jetzt hochgehe mit ihm Zeit... ...müsste da unten nichts mehr sein. Wenn doch... Bin ich genervt. Da. Direkt bei der Ersten. Wie kann denn der da schon rollen? Ist das eine zweite Animation? Das war was ich Tote gewünscht. Der hat mich schon nochmal so viel geht. Da passt man die ganzen schönen Tote. Ach du stellst mich mir jetzt nicht in den Weg, oder? Ach du Affenkampel. Ach du Affenkampel. Das mache ich hier. Oh Mann, wie schnell der halt ist, ne? Ah, warte mal. Ist fertig schon wieder da? Oh, bitte. Ey, ohne. Aber jetzt, ich hab so die ganz blöde Befürchtung, dass Fenty wieder da ist. Das ist Dark Souls. Das ist so... Ich hab schon wieder so viel HP verloren, ey. Bin ich wirklich so kacke? Ich glaub schon, ne? Dammit. Schauen wir mal. Und... Ich sag Fenty ist wieder da. Ach, Fenty ist nicht wieder da. Ach Gott im Himmel. Praise the Lord. Praise the Lord. Okay, dann kann man jetzt... Darm, Darm, Darm. Au. Gott sei Dank. Scheiße. Ich muss direkt aufpassen. Er macht mich nämlich gerade in Liebe. Was war das denn gerade? Warte mal. Kann ich nicht mehr trinken? Doch gar nicht. Aber kein Lloyds. Er ist halt mehr geworfen. Weil sie was. Das war doch so eine Weipelbestimmung, ne? Ich hasse Lanzen. Ach, come on! Oh, ich werde das. Ja, ist okay. Aber ist okay. Oh, mir ist eine Spinne. Fuck. Ähm. Ganz kurz. Ich muss kurz... eine Spinne wegmachen. Also ich kann... Geht einfach nicht mehr drauf um die Spinne hoch. Entschuldigung. Ja. 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 So. Ich habe die Welt ein Stückchen besser gemacht und eine Spinne entsorgt. Ich habe die Datze keine Spinne. Ich datze die Auge ein. Gott. Mit deiner Datze. Ich finde das doch okay, wenn man Katze mit DS schreibt. Na TZ. Ist auch noch irgendwo süß. Aber bei Datze ist es halt... Okay. Weil der so schnell ausweichen kann. Okay. Heavy Strike funktioniert aber. Datzen sind super. Die machen mir erstaunlich wenig Schaden. So. Aber... Aber ja. Katzen sind wirklich toll. Ich hätte so gerne eine Katze. Aber... Ach. Weiß nicht. Meine Wohnung, glaube ich, ist zu klein für eine... Guben Katze. Beim Schlafzimmer würde ich sie eigentlich ungern... reinlassen. So. Mal Seelen wieder mitnehmen. Jetzt trinkt der Sack schon wieder. Fuck you, Sir. Fuck you, Sir. Was ist denn der? Böster Wunder als ich. Ich bin gerade reingedollt. Ja. Alter. Ist ja wieder gut. Was? Da fehlt in deinem Bett schlafen. Ich habe wenig Platz. Nein, denn... Ich habe ja ein Doppelbett. Nicht mal ein Problem. Ich hasse diesen Kerl gerade. Wie viel Scheiß Estos soll ich noch an dem verballern? Ey, kannst du auch einen anderen Move? Er macht immer nur diesen Scheiß-Move. Der so fucking viel HP abzieht. Will trinken. Und ich lasse mich jedes Mal wieder in die Scheiße reinbaten. Fuck. Huh. War nicht fuck. Alles gut. Und diese... Genau, dass man den zweiten Strike davon nicht blocken kann. Genau. Dezent wird auf den Piss. Fuck. Er wird auch gleich trinken. Waffen weg. Oh. Hallo. Guten Morgen. Ja. Morgen Waffel? Gut geschlafen? So. Dumme Schneehasen. Ich bin nicht vorher auf die Schild-Idee gekommen. Ich bin ein Trottel. Mit Verlaufen. Geblummen. Eine Fleischpflanze. Eine Faryl-Sau. Oh Gott. Ich hab heute nichts gegessen. Außer einem Knoppers. Weil hier ein bisschen die Klappe halt. Jeder der über Essen redet, wird gebannt. Kampfter Kraut. Kraut. Auf jeden Fall Kraut. Hier sind Blutflecken. Warum sind hier Blutflecken? Da ist irgendwas. Das bewegt sich. Was hat ein Item? Du magst Stampf. Er ist aufgestattet vor 30 Minuten. Holy fuck. What? Oh, Tür. Shotcut. Shotcut, wohin? Ah, hierhin. Sehr schön. Das ist eine Items-Datze. Ich möchte ja wirklich eine Datsen brauchen. Oh Gott. Das ist ein Golem. Golems. Global. Mehr. Hallo. Zwei Hasen. Zwei Hasen. Guten Tag. Hallo. Der eine ist aktiv. Vier Hasen. Was ist das? Das ist das. Das ist das. Das ist das. wir arbeiten spät aufstehen spät aufsteht ok die mich ja nicht wieder so magst du mich jetzt nicht mehr was habe ich dir denn gedacht ich hab dich geholfen was du leben kannst leben ich bin wieder wie ein vater für dich aber es ist jeden haben sie ein golem ich glaube ich habe verstanden alles wie immer doch gewollt blödes spiel hä wo mich ausspielen hat der lecker wieder mit einem hp überlebt guck mal was für eine soße jetzt mal auf über essen zu lehnen kann und du scheiße ich hab echt hunger alle doof so das heißt das hasi da bleibt schick dich hasi fuck wieso kommt denn da jetzt ein zweiter scheiß weg weg willst du laufen bitte was schick ja ok jetzt habt ihr könnt mich mal so so eine andere tastatur ich hab jetzt auf lieferhält was so nicht mehr was soll denn das so liefer hält doof der bestellte pizza ist seid doch alle gemein so über überraschung das ist eine mampf datze das fieber bekommt ihr echt nicht so ich bestelle wo bestelle ich denn so was bestelle ich mir ich weiß es gar nicht ich bestelle mir käschen jetzt einfach gäse spätzle ist das okay ich glaub schon mit man nicht mal meine dünne bude im viertel hat auf das wäre ja auch noch eine idee gewesen vorhin alles verkackt so ähm blablabla blablabla was ist denn ich finde es nicht so ähm 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 nein Schiffelt jetzt warte Berechtigungen für Discord ähm Berechtigungen müssten eigentlich gegeben sein warte mal ähm ähm du wischst jetzt ein Bananensammler herzlichen Glückwunsch so so ach das ist die falsche Maus so das ist das Essen reinposten oder um nur mich zu ärgern wahrscheinlich das ist ne gute Datze der Bananensammler als Pilzverde beginnst wirklich nicht redest du wie Tweety was wer was die Überraschung ist frische Männersauce oh Gott oh Gott Moment die 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 das mhm ich muss weiterregen Moment äh 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 flop ich will noch was zu trinken dazu unbedingt da stop 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 ne 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 die verhält furchtbar so eine Datzenwaffe what äh hashtag dickpicks ja der Bilder Channel heißt hashtag dickpicks comfort hohohohohohooo ein scheiß ernst Tobi ein scheiß ernst ich hasse euch alle so So, noch eine Mezzomix. Nein, nicht Mezzomix. Mezzomix war das... das Spiel. Ich weiss genau, wo du hingehst. Ich hab's genau gesehen. Viel Spaß, Blumberg, sag Grüße. So, Moment. Ah, Fanta. Ich hab vergessen, wie Fanta heißt. Furchtbar. Ich bin ein Idiot vor dem Herrn. Ich bin hier nicht angemeldet. Das ist mein Passwort. Scheiße. Das ist mein Login. Wie geht's nochmal los? Ach, Shit. Nein? Ah, richtig. Auf dem zweiten Versuch. Wunderbar. Ah, zu wenig oder zu lange. Bin ich jetzt hier acht Monate, oder? Hier? Ne. Vier Monate kann gar nicht sein. Du bist seit Januar da. Was für eine Pause. Puh. Geh doch. Warte mal, das ist ja sogar richtig. Ich kasse, das ist noch viel schlimmer. Die andere ist auch... So. Jetzt hab ich mir Essen bestellt. Jetzt hab ich's geschafft. Ähm, du bist seit Mitte, Ende, Januar da. Äh, wo ist mein Pad? Oh, ich sagte vielleicht noch Zahlen. Sonst krieg ich kein Essen. So. Ähm... So. Moment. Dann lass uns eigentlich... Bis Monate sind gesappt. Ich bin nach einem Monat Affiliate geworden, deswegen. Ich hab im Januar das Streaming angefangen, deswegen vorher kannst du ganz dabei gewesen sein. Du musst mir nicht hinterher, oder? Doch, tust du. Kackviech, ey. Kann ich Tür zumachen? Sieben Monate. Ja. War immer da. Ziemlich, ja. Moment. Achso. Genau, ich bin ja über den Short jetzt gekommen. So, Moment. Äh, 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 äh. Wird mein OBS vielleicht auch wieder aufmachen? So. Das ist wirklich fast von Anfang an dabei. Vor dir waren nur, äh... Blunder und Resumio, glaub ich. Und natürlich Bob. Hä? Ey, ich hasse dich so sehr, Spiegel gerade. Ja, okay. Ich hole meine Seelen. Schreck mich. Ja, wo sind denn meine Seelen? Ach, die hab ich schon. Ich bin ein Idiot. Das wissen wir schon lange, aber... Klasse. Also, in Physik können wir schon da gewesen sein. Theoretisch. Ah. Ah Gott, der ist schon da! Machst du es bitte einfach sterben! Oh Gott, da kommt schon der Nächste. Jetzt hab ich den anderen Golem auch schon geweckt, ne? Verdammt. Der Schrott hier liest sogar Profilbeschreibungen. Das war ein Heavy! Hat der sich gerade mit dem Adelsch nach hinten geschmissen? Wenn ich die Herd hole, werden die Seelen nicht eingesaut. Das ist ja... Das ist ja schmarrt. Dann mach mal das auch so. Oh, warte mal. Das ist ja der gespult. Ach, ich bin sehr fast. Ach, und noch ein Asi. Komm mit Asi. Komm mit. Und... In Ted Olo? Klarlesig. Die gließt kein Mensch! Lass mich viele Fragen, die ich immer beantworten muss. Wollt ich da drin stehen? Herrgert Stibjens! Cack Ding! Gerade im Himmel! Oh! Das ist bad luck! Ich glaub eins ist... Ist eins das niedrigste? Ne, Null ist das niedrigste. Oh fuck. Das ging noch. Ja, ich hab gecheatet. Ich hab ein W20 mit Null gemacht. Mit einer Gravisite. Du hast keine... Doch, hat er. Er hat noch auf weh. Ich hasse Gegner, die so knapp überleben. Neue und halbe Stunden schon. Ne neun... Eindrittel Stunden. Das sind doch nicht Minuten, das sind... Komm mal. Geht das Gambeln hier wieder los. Gott. Komm, egal. Einen zum Problem. Kann ich mir leisten. Und? Deine Seele geht... Oh, zu mir? Genau zwischen zwei Golems. Ach geil. Uh, Gole hat er gesagt. Ja, man kann ja andere Timeouts. Nein, hier sind noch ein Herrscher. So, Quattelfiech. So, jetzt gehst du in Golem, ne? Ja, verdammt. Oh, klar. Verdammt. 60 Sekunden. Ich glaub ich mir die Meldung toll, dass das Couchmonster, also der Bot, äh, das verhängt hat. Der Timeout gemacht. Warte mal, du hast dich selbst getimoutet, sehe ich gerade. Au. Au. Herr Golem, würd sich das lassen. Ah, nicht schlecht. Geht aber auch, glaub ich, nur alle 10 Minuten hab ich eigentlich durchgegeben. Wollts mal testen. Genau, also der komplette... 50 Bananen verloren. Ja. Oder waren's 50? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Diese Commands sind mittlerweile so alt, dass ich sie vergessen hab. Oh, du bist noch lieber. Ups. Was? Ja. Mit Außerungszeichen Commands müssen, glaub ich, alle Commands drinstehen. Ich glaub, hier hab ich wenigstens halbwegs aktuell gehalten wie die Würste. 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 Ich hab grad den Clip geguckt. Man kann echt... Was ist... Fucking Bürste. So ein dummes Wort, wenn man kurz in den Chat guckt. Und sich denkt, hä, was ist jetzt mit den Bürsten los? Was wollt ihr jetzt? Commands, genau. Ah ja, Boobs. Stimmt, ich hab ein Boobs-Command. Ganz vergessen.